Ah, ich hab meinen kalten Kaffeespawner aus der Ecke geholt. Ja, also Kaffeinenspawner. Ja, meine Pulle war leer. Ja, ohne Zucker und ohne Kalorien. Ja, warum? What? Ja, voll, weil das ist ein Punkt, Mikkel. Ich kann sagen, wir haben das schon wieder zu vergeben. Ich bin so lustriert. Ja, ich beeile mich ja schon. Was wartet da? Oh, mit Ruhe. Ich krieg's mal aufrufen. Wie seid ihr eigentlich alle? Ich steh hier ganz online. Ja, ich muss mich einfach stehen lassen. Wieso, wir sind schon mal vorgegangen. Wir haben ja schon einen für dich, wir sind schon wieder zurückgekommen und mich abzuhlen. Naja. Und so für dich dann weiter so nass. Er hat einen Guckert gekriegt. Lalalalalala. Oh, was die überhaupt da gemacht haben. Hab ich aber gespannt, was da auf und zu kommt. Guck mal, hier ist ein Fenster. Hier ist ein Fenster. Ich wollte jetzt gerade noch typisch sagen, typischer Ossi. Mal gucken, was da da mal ist. Liegt ne Banane drauf? Der kann da höher springen oder wie? Ich will zu höher springen. Ja. Und ich will es nicht. Es ist nicht ein Problem. Nein, 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 nein. Es ist aber nicht ein Problem. Ja, wir sind ja neun Imling, wo da gespeichert wird. Wir lernen. Ja, weil man muss doch irgendwann mal lernen. Hat das schon mit der Schuh letztens nicht funktioniert. Warte. Warte. Steht drinnen über Gronkh. Der offizielle Bugfinder. Mhm. Mit Huckepack. Ja, der hat's aber auch drauf. Ganz ehrlich. Vor allen Dingen am geilsten finde ich immer, wenn er sagt, oh hier ist alles sicher, zack, tot. Oder er sagt, oh das ist gefährlich. In 3,4 Stunden passiert nichts. Finde ich immer herrlich. Oder er sagt, oh keine Ureinwohner. Ich glaube, das hätte ich nicht sagen sollen. Das war ja der Grund, warum ich mit ihm angefangen habe. Weil kein Mensch, es ist ja unglaublich, dass man so viel Pech haben kann im Spiel. Dass immer genau das Gegengesetzte passiert. Ja, da, 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 da. Bokka Zumindest haben wir jetzt alle irgendwie einen Stab, oder? Das Zorn Alle Flaschen sind da oben Ich mach den Koffer aus dem Bild, Stefan Zack Stefan hinter dir Ja 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 Nicht getroffen Aua getroffen Boah was? Welcher Schwede? Mach du verdammt Aua Boah Ich treff den gar nicht Oh ich muss auch ein bisschen weg Zorn 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 Bei mir rauf Zorn 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 Ja! Was? Boa! Boa! Ah, fuck! Danke! Ich bin da unten! Das ist sowieso noch. Wow! Hi! Hi, Schotter! Ich muss aufbauen! Ah, 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 ah! Ja, ich lasse mich auch auf! Lass mich alle in Ruhe! Geht doch! Scheiße! Ah! Scheiße! Danke! Scheiße! Ähm, ja. Noch halte ich mich? Ja, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch halte. Halt gerade hier, ich muss weg hier. Koffe in den Darmikor. Oh, mein Schatz! Halt gerade weg! Ah! Ja, ich weiß. Ich stehe ja auch nicht das erste Mal auf dem Ofen. Ja, nur sitze irgendwo. Ich muss nicht sein darf. Ich habe mich gerade auf Krille konzentriert. Oh, mein Schatz! 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 Ah, ah! Ah, ich lasse mich doch gehen! Scheiße! Du bist da tot! Keine Helden mehr machen! Ach, der große ist auch da! Ja! Ja! Ich glaube, ich habe eine Kugel oder irgendwas zum Darmikor nicht sein. Ich muss nicht in den Schrank aufmachen! Kucklos weg, ey! Ah! Autsch! Ich schmeiß da mit Steinen! Ja, der scheiß Kohle! Ja, hier hinten bei mir! Der Krille! Boah, ich hab die Kugel, ich hab die Kugel und ein Golem, ich hab dir alles, aua, aua, weg. Ja, da bin ich doch gerade weggelaufen. Hab gerade ein Level ab. Warum hat diese blöde Kugel auf mich abgesehen? Ähm, Grille, ich wollte nur sagen, es ist ein Kerl. Nee, es ist ein König. Sieht aber aus wie eine Rolle. Oh. Oh, du bist so weggelaufen. Aua. Oh, der ist weg, durch. Oh, der ist weg, durch. Weg, durch. Verzieh dich. Du bist hinter mir. Hol die Beine, hol die Beine, hol die Beine. Danke. Ja, hab ich gerade hingelegt. Hier hinten steht doch eine. Ah, ah, oh, 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 ah. Alter, ich bin weg. Was machst du hinter dir? Ja, ich komme schon auf der Flucht. Ich bin bezwesackig. Ich werde doch mal stehen. Jetzt weg mit dir. Du musst sterben. Ja. Ja. Ich habe gerade noch einen Booster bekommen. Oh. Ja, war ich gut gerade. Ich habe irgendwie Gefühl, dass mein Strich ja nicht voran geht. Ich habe gerade noch einen Level abgekriegt. Ich wäre schon 35, aber es sieht aus, als ob du dir nicht hoch geht. Oh, hier ist die Tür auf hier. Ja, da müssen wir durch, denn es ist beendet. Warten nicht sonst mal mittendrin. Warten nicht so. Ich gehe nicht mehr. Ist schon... Ist schon so lange hier. Ja. Bitte noch nicht in die Nähe der Tür, welch reicht, wenn einer reingeht. Und ich muss auch jetzt noch einsammeln. Und ich möchte noch was tun. Der Korb hat alles eingesammelt. Ich glaube ich auch. Bin aber nicht sicher. Ich glaube, wie immer im Kreis. So, ich kann alles. Ich sehe noch, was ich sehe noch. Ich kann auch noch einer in der Tür. Meine. Tschüss. So. Hab da. So, warte. Ihr auch aufeinander. Das haben wir uns verdient. Die Gemeinschaft fliegt durchs Tor. Bronx ist Silber und Gold. Ja. Von wegen vorbei hier. Jetzt weiter, wa? Ja. Du bist aber gar nicht. Ach ja. Jetzt? Ist vorbei. Hat der Umstand nochmal? Wie gesehen ist. Tino 0 mal gestorben. Ja. Ja. Wie immer. Du hast aber am meisten Schaden kassiert. Stimmt. Ja. 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 Ich hab wieder 24 Pülse gegessen. Ja. Getroffen. Getroffen. Blut aufgesammelt. Ganze gratuliert. Schai Valentin Ramel, Seifenblasenexperte. Offizieller Backkühner, Eric Rangel. Mal gucken, wie ich bin da, wie ich zu euch war. Da steht es, weiß auf rot. Ja, weiß auf rot steht es trotzdem da. Nein. Ich bin da. Nee, zwei Minuten, zwei Minuten, dreiunddreizig. Ich wollte gerade sagen, da hast du aber irgendein anderes Spiel spielt. Ja, da ist der Dauer-Loop-Diener-Mater.